Musik Was ist jetzt andersrum? Grüne Kirchen. Oh, grüne Kirchen. Das ist eine besondere Kirche. Ja. Ja, ich habe ganz viel Zeit. Super. Ist das wieder Zauberteig? Ja. Ja, der von selbst wächst. Der kann Silberkuchen backen. Ja, dann? Der hat echt eine Rührschüssel. An sein Baulchen hängt. Und dann? Der rührt da. Und dann kommen da einfach Kekse raus. Dann spuckt er die einfach in unsere Kunst. Haus und dann ist wie die einfach aufheben und essen. Da kam von dem Feuer ein Lister. Aus dem Feuer. Ach ja. Da kam ein Klitz. Und er war traurig, war als ein Schloss kaputt. Und dann, was passiert mit der Paprika? Der Bruder, der Bruder. Und dann? Das ist ein schönes Blumenbaum. Ich kann Milchreis trinken. Milchreis. Milchreis trinken. Lecker. Nichts. Zilt drin. Das ist eine ausgewachsene Blume. Ein riesengroßes Blumen. Das ist eine Fantasieblume. Und auch das Wetter regelt wird mit Apfelsaft. Die Bösen werden feiert. Dann sollte der Mann spüren. Hm. Und guckte, was erschütten kommt. Hm. Und was könnte denn von wem weggepustet werden? Eine Brotdose. Eine Brotdose? Tücher nehmen. Und dann sehen wir es aus wie Wölfe. Aber nichts verraten, was wir planen. Und wir können uns die so übers Kopf legen. Nee, das sieht aus wie Maria. Ah, nein, nein, der böse Zauberer. Nein, nein, warte. Einhorn, warte auf mich. Aufwachen. Hallo. Was erzählst du eigentlich da für ein Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. Ich muss den bösen Zauberer stoppen, sonst geht die Welt unter. Den bösen Zauberer? Wovon redest du? Es gibt jetzt Frühstück und du musst zur Schule. Also beeil dich. Du hast schon fast wieder verschlacken. Wie immer. Dann gehen wir einfach zum Spielplatz und spielen dann auch auf der Schaukel. Und dann sagt Greta zum Beispiel, boah, was man hier alles machen, dann improvisieren wir einfach. Okay? Okay, dann los. Was machen Sie denn da am liebsten? Am liebsten? Am liebsten gehe ich raus und schaukele auf der Schaukel. Und ähm... Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 23. Ah, okay, noch 23. Es gibt keine Einwohner, keine Elfen, keine Zauberer, die gibt es nicht. Aber wenn ich mir das vorstellen will, dann schäle ich es mir vor. Da hast du gar nichts zu sagen. Kinderquatsch. Kinderquatsch.